So Leute, wir checken auf jeden Fall jetzt erstmal ganz, ganz neue Video von Gewitter im Kopf aus. Auf doppelt und dreifach Ehre. Äh, Tourette gegen Aids. Möchtest du etwas beichten? Die Jungs hier gerade wieder komplett einen Hype am haben, Alter. Gönne ich ihn, wie gesagt, sehr. Ähm, bin ich mal gespannt, Leute, was da abgeht. Let's go. Gewitter im Kopf, Tourette gegen Apple. Rein in die Olga und gleich wieder einen Lippenstiftel gemacht. Möchtest du etwas beichten? Mein Sohn. Ja, ich bin hässlich. Sollen wir eigentlich mal wieder unser Intro da rein tun? I just need to clear my head. Genau. Schrecklich, Alter. Da war früher immer übersteuert, Tim, ich bin halb taub geworden. Was soll die Scheiße? Clear my head. Okay, machen wir. Und das Ding, du clear my head. Da. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal, Leute. Heute zu einer weiteren Episode Tourette gegen Siri. Genau, dieses Mal beziehen. Der habe ich bisher noch keine Gespräche geführt. Okay. Da, ähm. Ist ja auch eigentlich ein super easy Format. Also eigentlich theoretisch jeden Voice-Assist, den es gibt, mal nutzen an der Stelle. Warum nicht eigentlich? Warum nicht? Ich selbst keine Siri auf dem Telefon habe. Mal gucken, was, zu was unser Gesprächspiel ich später mit, Leute. Erstmal lebt ich mal ehrlich gesagt gar nicht, was Siri kann und was Siri nicht kann. Ich weiß das. Weiß nicht, ihr könnt mal abstimmen. Benutzt ihr öfter so welche, ähm. Siri? Muss Hey Siri sagen. Da hat die Schlampe noch extra Wünsche. An wen soll sie gesendet werden? Oh, was? Niemand. Alles klar. Sag Bescheid, falls du noch etwas brauchst. Hey Siri. Ich bin da. Du sollst weggehen. Tut mir leid. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Du sollst dich verpissen. Ich glaube halt, dass das Ding, Siri und sämtliche Voice Assistants, so wir können es ja mal hier ganz kurz austesten, wenn man die jetzt beleidigt, ne? Äh, wenn man die jetzt beleidigt. Hey Siri, verpiss dich bitte. Okay. Versteht ihr trotzdem? Warte mal ganz kurz. Hey Siri, mir gefällt dein Gesicht nicht, du dumme Sau. Hier kommt nichts mehr. Hey Siri, ich hasse dich. Hey Siri, ich hasse dich. Keine Ahnung, irgendwie wünsche ich mir immer so, dass die ein bisschen mehr, dass die so ein bisschen Feedback geben, diese Voice Assistants. Wisst ihr, was ich meine? Dass die mal sagen, Wollah, Habibi, rede nicht so mit mir. Das würde ich mir wünschen, aber naja, gut. Ähm, kann man eigentlich Google und Siri, ich habe jetzt hier beide Geräte, kann man die beiden miteinander talken? Ach, das ist mir einfach zu stressig. Wir gucken jetzt einfach dieses scheiß Video, ich will keinen eigenen Content generieren. Könnt mal abstimmen, ob ihr so welche, äh, wie nennt man sowas, Sprachassistenten, glaube ich, ne? Ja, genau. Ob ihr so welche Sprachassistenten häufiger benutzt auf eurem Handy, falls... Mh, da kommt noch der leckere Follower-Bot rein hier an der Stelle, lecker, schmecker, Spaßentdecker, bottet mir einfach Subs, Alter. Irgendein Typ soll seine Kreditkarte hergeben und dann Subs, Junge, was will ich mit Followern, äh, reicht mir jetzt hier. Willst du so welche habt? Nein! Hey Siri, öffne Tinder. Ich habe keinen Tinder, deswegen geht das nicht. Ach so, okay. Hey Siri, sende eine Nachricht. Hey Siri, wie ist das Wetter heute? Heute! Hey Siri, stelle einen Timer auf drei Minuten. Aber ich muss die Sätze jetzt vorlesen, damit die sich meine Stimme merkt. Hey Siri, spiele Musik. Heavy Metal! Hey Siri, wie viel Grad ist es gerade in Bonn? Es sind jetzt zwölf Grad in Bonn. Lüger! Hey Siri, ruf die 110 an! Du möchtest also Frank Mobiltelefon anrufen? Äh, Bro, ich weiß nicht, warum du Frank unter Einsatz 0 gespeichert hast, Tim. Keine Ahnung, was da abgeht bei dir, Alter. Äh, ich weiß nicht, ob es so clever ist, die Polizei... Also, ja, die Notrufnummer an der Stelle mal nicht überschreiben, oder? Rufen! Nein, nein, nein! Anrufen! Nein, nein, wir rufen jetzt niemanden an. Hey Siri, ruf die 110 an! Der Notruf wird übernommen sprechen. Okay, kein Anruf. Hey Siri, ruf die 110 an! Boah, wie stressig, Alter, Junge. Vor allen Dingen, das Ding ist halt, wenn man halt, ja, so Telefonpranks und sowas... Also, das ist ja natürlich jetzt kein Prank. Das ist zurückzuführen auf eine nicht geistige Krankheit, sondern eine neurologische Krankheit. Das habe ich jetzt an den Kommentaren nochmal herausgefunden. Ähm, danke für diesen Hinweis. Äh, ich habe das auch schon mehrfach von Jan und Tim selber gehört. Ich vergesse es nur immer wieder. Ähm, wenn man halt ja so einen Telefonprank quasi bei der Polizei macht, und die Polizei callt und die Leitung blockiert und so, ist das ja eine Straftat. Man kann dafür ja belangt werden. Die Frage ist halt auch wieder, wie wollen die halt nachvollziehen können, ob derjenige eventuell eine neurologische oder psychische Krankheit hat, wenn er der Anruf bla 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 bla. Wisst ihr, was ich meine? Schwieriger Hase, Mann. Nein! Jetzt an! Jetzt! Die Verbindung ist schlecht. Boah, so krass. Die hat gerade wirklich da angerufen, ne? Ja, es ist halt ein Telefon, ne? Ja, aber ich wusste nicht... Es ist ein guter Hinweis, Jan. Es ist halt ein Telefon. Es ist... Es ist ein Telefon. Dass man das versprach... Hey Siri, ruf die 112 an. Es ist eilig. Es ist eilig. Es ist eilig. Es brennt. Es brennt. Scheiße, Alter. Nicht gesagt. Hey Siri, ruf Frank Lehmann an. Du möchtest also Frank? Ja. Oh nein, das ist Tims Vater, oder? Ja. Ja. Hey Siri. Wer ist Alexa? Alexa ist ein Online-Dienst, der Daten überseiten... Die ist geiler als du. Oh, doch, doch, doch. Hey Siri. Boop. Mein eigenes Handy hörtest du noch auf dich? Ja, zu Recht, Alter. Tobi, alles in Ordnung, oder? Wieso? Wie siehst du aus, Bro? Hallo? Oh, wir müssen Raubtierfütterung machen. Hast du oben... Wir müssen noch von oben Dings. Diese... Den... Ja, Alcani. Hast du schön draußen gekannt? Iiih, du bist ja ganz nass. Äh, Alter. Bär, Alter. Guck dich mal an, Alter. Wie nass du bist, Alter. Guck mal hier, Alter. Äh, iiih. Äh, äh. Äh, äh. Äh, kann ich... Bäh, schwöwollah. Widerlich, dieser Hund so. Bäh. Danke. Äh, kannst du noch einen Napf von oben runterholen, Habebe? Dann kann ich den gleich fördern. Dankeschön. Ja. Du entspannst dich jetzt mal. Du entspannst dich jetzt mal. Ey, was hab ich mir noch mal bestellt? Zwei Balanen, zwei Schokoprodukte, aber es gab keinen Schokoment. Jetzt hab ich Kokusschoko genommen. Bäh, Alter, ekelhaft. Wollah, Spucker. Ja, ich will Video gucken. Danke, ja. Tja, ist irgendwie blöd, ne? Hey, Siri. Hä? Rosinen-Schnecke. Hm. Ruf an Tims Ex-Freundin. Ruf an Tims Ex-Freundin. Okay. Anna. Nee, ja, geil. Tim, rufe an Tims Ex-Freundin. Wird da an der Stelle mal zensiert und dann rufe Anna an. Tim, du bist wirklich die hellste Glühbirne im ganzen Wald. Ach, fresse. Nein. 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 Hey, Siri. Ruf Mutter von Ex-Freundin. Ruf die Mutter von der Ex-Freundin. Die ganze Familie. Die ganze Familie. Sie freut sich doch. Nein, die freut sich nicht. Hey, Siri. Oh Mann, Alter. Ruf Sandra an. Das war das Ding. Die beiden sind ja zusammen groß geworden so. Und er kennt natürlich alle Namen, die bei ihm irgendwie im Umkreis so wohnen. Belastend, Mann. Nein. Hä, Siri. Ruf die Angst 1, 2 an. Nein, nein. Nein. Die Fresse. Nein. 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 Hey Siri, aus. Hey Siri. Willst du mich heiraten? Ich ruf eine *** an. Lass uns einfach Freunde sein, okay? Siehst du, du wurdest grad von deinem Handy gefriendzoned. Nein, das ist nicht okay. Hey Siri, achte nicht auf den Spacko neben mir. Das ist nicht okay. Ruhe. Hey Siri, wer wird deutscher Meister, wenn man die Tabelle dreht? Junge, Alter. In Villa Hermosa, Mexiko. Der Tageshöchstwert liegt bei 32, Tiefstwerte bei 24 Grad. Boah, das wäre so ein Traum, wenn wir das Wetter hier grad hätten. Hey Siri. Hm, spiel die Hymne von Nordkorea. Siri, mach das mal bitte nicht an der Stelle. Bäh. Hey Siri, hast du mich nicht gehört? Kannst du bitte Gisela ruhig stellen? Das kann ich nicht beantworten. Doch. Au, 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 au. Siri, aua. Siri. Hey Siri, spiel die Hymne von Nordkorea. Ich kann Nordkorea in deiner Musiksammlung leider nicht finden. Ja, besser ist das. Wäre echt weird gewesen, wenn Tim die Hymne von Nordkorea in seiner Musiksammlung gehabt hätte. Das wäre anders weird. Ich mach gleich alles gut. Wir machen gleich 18 Uhr. Apple Music öffnen. Ja. Gisela kennt einfach mein Passwort. Oh, das ging aber so kurz. Das ging aber schnell. Oh mein Gott, was? Was? Was, Alter? Holy Shit, Digga. Da ist ja keiner mehr sicher, Alter. Da muss man ja gucken, dass es ja niemals, dass man ja niemals irgendwelche privaten Informationen oder sowas gibt, Alter. Digga, Gisela liegt ja dann irgendwann einfach alles. Das war ja ultraschnell. Gisela hat einfach draufgesnipet. Zack, war das Handy entsperrt. Junge, Gisela fucking Hacker-Bro, Alter. Ohne Shit, Digga. Gisela hat NoFly und Knockback auf GOMMA-HD. Was geht ab, Junge, Digga? Not bad, Gisela. Not bad, Alter. No Knockback-Hack. Gisela kennt einfach mein Passwort für mein Handy. Das krasse ist, Jan... Nein, nein, nein. Ja, wusstest du das? Es hängt... Du weißt es nicht, ne? Doch. Was? Was? Jan kennt das Passwort nicht, aber Gisela schon? Ey, Digga, das ist... Aber du kennst mein Passwort. Du kennst sogar meinen Kreditkartenkurs. Ja, aber du kennst eigentlich nicht mein, aber Gisela kennt mein Handy. Alter, ist das krass. Alter, ist das krass. Man sieht so richtig in Tims Augen so... What the fuck is going on, man? Das ist irgendwie krass. Hörst du auf meine Kreditkarte, ohne dass ich das weiß? Hast du eine? Ne, meine Bankkarte. Hey Siri, wer ist dein neuer Führer? Schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ich so etwas habe. Du hast jetzt eine. Hey Siri, ruf das FBI an. Ich finde FBI nicht in deinen Kontakten. Wen soll ich für dich anrufen? Angelika. Petrit, danke für deinen Re-Sub. Wie geht es dir? Es interessiert mich nicht. Mutter von Ex-Freundin. Bitte sag das nochmal. Angelika. Nein. Boop, 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 boop. Was passiert, wenn Jan mein Handy hat? Ja. Kartoffel, Digga. Dankeschön. Fili, Dankeschön für die Subs. Hallo. Was passiert, wenn Gisela mein Handy übernimmt? Wo ist denn deine Zonen, Gabi? Ja. Hallo. Okay. Das Gespräch war noch nicht fertig. Doch. Es war nicht fertig. Es war nicht fertig. Es war aber auch. Es war nicht fertig. Nein, nein, nein. Ich hab gar keinen Fall. Hey Siri, ruf Bernd an. Nein, da rufst du nicht an. Hey Siri, ruf Bernd an. Wer ist fucking Bernd, Alter? Ey, das ist so crazy, Mann. Was Gisela alles weiß, was Jan nicht weiß. Das ist komplett konträrkrank. Weil, ich hab ja auch noch tatsächlich meinen Direktor und so drin. meinen ehemaligen Schuh. Bro, sag ihm sowas doch nicht, Alter. Sag es ihm doch nicht. Er wird's doch missbrauchen. Okay. Hey Siri, sende 100 Euro an Jan Zimmermann. Nein. Das ist mein Direktor. Ja. Alter. Hey Siri, überweise 1000 Euro an Herr Direktor. Überweise 1000 Euro an Herr Direktor, ja moin. Was möchtest du sagen? Hä? Hahahaha. Digga, manchmal kann ich nicht auseinanderhalten, ob's jetzt wirklich Jan oder Gisela ist, ne? Akani. Bitte. Du musst dich beruhigen. Du musst dich beruhigen, Alter. Du musst klarkommen. Mach Sitz. Mach Sitz da rein. Bleib da sitzen. Höre einfach auf, die Geräusche zu machen. Junge, Junge, Junge. Das war wirklich mein Direktor. Hey Siri, sende eine Nachricht an Herr Klein. Nein, du machst überhaupt gar nichts. Du machst nichts. Und ich glaube, wir werden das Video jetzt zwar beenden, weil ich habe langsam Angst, dass hier irgendwelche Sachen sind. Hey Siri, sende eine Nachricht an Herr Klein. Nein, nein, nein. Hey Siri, sende eine Nachricht an Herr Klein. Hat Gisela schon versucht, dich zu beißen? Ja, Gisela hat mehrfach versucht, mich zu beißen, Alter. Aber Gisela, wenn du mich jetzt beißt, kriegst du Coronavirus. Mach's also nicht. So, also bevor das hier komplett aus dem Ruder macht. Hey Siri, sende eine Nachricht an Herr Klein. Nein, 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 nein. Ist gar nicht gut. Nein, nein. Siri, mach das nicht. Sende eine Nachricht an Herr Klein. Du hast dich auch irgendwas zu schicken. Alter, wie Tim auch komplett am Ende ist. Wie er einfach gar nicht mehr klarkommt. Am liebsten einfach aufhören würde. Kein Geld? Keine Nachricht. Dann auch keine Zähne. Hey Siri, überweise 100 Euro an Jan Zimmermann. Ja. Ja. Dafür muss ich... Ja. 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 Zum Glück. Niemand. Alter. Hey. Du bist... Hey, ich hab dich grad ausgesehen angerufen, sorry. Du bist grad live im Video. Und du hast... Live. Im Video. Genau. Hey. Wie passend. Wir machen gerade, äh, Tourette gegen Siri. Hey Siri. Auflegen. Zufallsgenerator wird eingeleitet. Nein. Doch. Doch. Zufallsgenerator wird eingeleitet. Ey. Ey. You gotta take a break, bro. Whoa. Hitler. Das war Rob. Und das ist deine Ex. Ja, die wird jetzt aber nicht in ein Grupp. Hey. Hey Siri. Dieses gehässige Lachen, Alter, Junge. Ey. Orange, orange, sub gerade hier für zwei Jahre in Folge rein. Schlimmste zwei Jahre. Kevin, du existierst wegen mir. Verpiss dich zurück in das Drecksloch, wo du hergekommen bist, du Schweinefaker. Ruf. Oh, ich bin gespannt. Tequila Tina an. Okay, Tequila Tina, Mobiltelefon wird angerufen. Wo ist deine Shopkarra? Wer ist Tequila Tina, Alter? Siri, öffne WhatsApp. Öffne WhatsApp. Übrigens, du kannst auch deine Stimme verwenden, um Textnachrichten zu senden. Oh, sch... Gott, Digga, nein. Nein. Siri, hilf Gisela doch nicht, Mann. Das kannst du nicht bringen, Alter. Schicke eine WhatsApp-Nachricht. Hä? Dank Krause, danke Gisela, Bro. Nein. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Oh, das wird... Hey Siri, ruf an die YouTube an. Oh mein Gott. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß einfach, wer es ist. Okay. Nein, nein. Hey Siri, verschicke folgenden Text an an YouTube. Sag mal Scheiße. Ja. Stell dir vor, dieser YouTube-Mitarbeiterin, die wir alle kennen und alle gerne haben, kriegt dann diesen Scheiß-Text von Tim Lehmann. Äh, belastend, Alter. Hey Siri, verschicke Text an Vika 6,4. Was möchtest du sagen? Du hast eine hässliche Scheiße. Bro. Er schämt dir einfach alle Frauen, mit denen Tim jemals Kontakt hatte. Tim, Bro, so gibt das keinen, wirklich. Senden! Hässliche Scheiße. Hey Siri, mache eine Bestellung bei Amazon. Ich glaube, das macht die nicht. Die macht das nicht. Die macht es. Hey Siri. Die macht es. Bestelle mir einen blauen Sessel. Hier geht einfach. Hey Siri, ruf das dänische Bettlager an. Doch. Hey Siri, buche einen Reiser bei Deutscher Bahn Navigator. Alter, Junge, das ist so krank komplex. Das wird immer komplexer, ne? Hey Siri, ich würde gerne nach Hamburg Hauptbahnhof fahren. Es tut mir leid, aber ich kann mit DB Navigator keine Wegbeschreibungen erstellen. Bist du dumm oder was? Das ist die Deutsche Bahn. Ich bin froh, dass du zerstört wurdest. Ah, jetzt wird es aber hier ganz... Seht ihr das? Das war Max. Hey Siri. Na, mit welchen Tag? Was schreibst du dir denn so? Ja, ah ja, alles nackt hier. Unangenehm, weil es stimmt. Vor allem der Idiot. Hast du den? Ich auch. Ich will es. Ja, doch auch kommentieren. Nein, nein, wir kommentieren gar nichts mehr. Wir kommentieren gar nichts mehr. Nein, da schickst du... Was hat der gemacht? Was hat der getan? Da, du Potsau. Sorry. Du kleine Potsau. Wir sind gerade im Dreh. Ja, geil. Und Jan hat gerade die Kontrolle über das Handy übernommen. Alexa. Sorry, der Jan hat sich gerade im Dreh angerufen. Das war nicht gewollt. Ich bin ziemlich geil gerade. Das war nicht gewollt. Was, 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 was? Ich bin ziemlich geil gerade. Der Jan hat sich gerade beim Dreh angerufen. Hallo, ich habe mich auszusehen angerufen. Ach so. Das war die Gisela. Wo seid ihr denn? Schön, 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 dass ihr jetzt noch hier telefonieren möchtet. Das ist doch super. Was mich krankfertig macht, ist dieses Bild, was genau perfekt hier hinten hinter dieses Fachwerk gezimmerte, diese Fachwerk gezimmerte Wand reinpasst, Alter. Digga, bei wem auch immer da zu Hause gerät wird, Alter, schaut dann an eure Eltern, die extra ein Bild für diesen Abschlag gekauft haben. Das ist komplett krank. Das ist kein Zufall. Da muss irgendwer ausgemessen haben, gesagt haben, das Bild muss da rein. Das Safe-Geheimgang oder Tresor, auch unauffällig dahinter, natürlich, ganz klar. Wir sind gerade am Aufnehmen. Ich bin gerade am Saufen. Mir geht's wieder super. Das gehört nicht dir. Das ist aber mein Handy. Ja, das stimmt natürlich. Hey, Siri. Also würdest du sagen, dass du... Nein, ich bin nicht fertig. Hey, Siri. Ruf auch mal ein Handy ab. Hey, Siri. Alter, wie stressig. Okay, ich fahre nur kurz runter. Genau, so sehe ich auch immer aus, wenn ich kurz runterfahre. Wir machen eine... Sollen wir Meditation machen? Boah, das ist interessant. Kann Jan meditieren? Hey, Siri. Na? Als ob Gisela flüstert. Das ist so krass, man. Boop. Ich bin ein Faschist. Ziemlich krasse Aussage, Gisela. Ich weiß nicht, was du mit... Hey, Siri, ich bin ein Pazifist. Meinst, was du magst. Pazifist. Er ist ein Pazifist. Er ist ein Pazifist. Was wollt ihr mitgekriegt? Was wollt ihr drehen? Aaron. Deine Zeit ist um. Hör auf einfach. Hör einfach auf. Lass die Leute in Ruhe. Nicht jeder, der dich anruft, will mit dir ein Video reden. Eigentlich im Regelfall fast niemand. Boah, Digga, ich muss zur Frisur. Ich sehe aus wie so ein scheiß behaartes Bison, Junge. Man merkt aber zu den ersten Videos, dass die schon etwas faken. So ein Bullshit, Alter. Das Ding ist, dadurch, dass die beiden jetzt halt in der Öffentlichkeit stehen und den ganzen YouTube-Film halt fahren, ist es halt, glaube ich, einfach ein bisschen intensiver geworden und komplexer und ein bisschen mehr an Tics dazugekommen. Was sicherlich Sinn, also was sicherlich irgendwo sinnig ist oder beziehungsweise nachvollziehbar ist, weil ja sehr viel mehr äußere Einflüsse da sind als vorher und weil sie halt ganz viele neue Leute kennengelernt haben und, 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 und. Wisst ihr, was ich meine? Digga, das ist halt extra getriggert. Ist so ein Bullshit, Alter. Leute, wenn jemand an so einer Krankheit leidet, dann hat derjenige darüber keine Kontrolle. Und ich war mit den beiden oft genug mittlerweile privat unterwegs und kann euch 1000%ig sagen, Manuel, Digga, danke für den Zap, kann euch 1000%ig sagen, dass das leider Gottes real ist. Und ich glaube, Jan deutlich glücklicher wäre, wenn er diese Krankheit nicht hätte, ja. Und ich finde es super strong, Alter, dass die beiden die Möglichkeit haben, hierüber ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, weil ein Jan es sehr, sehr schwierig hat tatsächlich, einen normalen und regulären Beruf zu finden, nun mal mit dieser Krankheit. Also so jemand kann schlecht im Einzelhandel arbeiten, egal wie groß das Verständnis noch ist, es kann da immer wieder zu Missverständnissen kommen. Und aus dem Grund finde ich das super, super whack und asozial, wenn Leute einfach sagen, so, yo, das ist extra getriggert und das ist halt extra irgendwie gemacht, weil die da mit Geld verdienen, bla bla bla, das ist nur Sellout. Schwachsinn ist das, Alter, kompletter Bullshit, Mann, ich kenne die beiden privat, das ist hundertprozentig echt und die haben keinerlei Einfluss darauf, keinerlei Einfluss. Es gibt sicherlich verschiedene Triggerwörter, aber das würdet ihr merken, wenn Tim diese nutzen würde. Tim versucht diese natürlich offensichtlich zu vermeiden, damit da halt nicht noch mehr Probleme entstehen. Irgendwie wurde bezahlt. Die beiden können mich nicht bezahlen, Jungs, die sind unbezahlbar. Naja, dadurch meine ich, dass die Tics extra getriggert werden durch das Handy und durch die Aktion, die sie machen, werden sie auch extra damit, dass Tourette rauskommt. Naja, das Tourette ist aber ständig, also das Tourette ist ja ständig, ständig präsent. So, und es ist ja immer wieder aufs Neue erstaunlich und fast schon experimentell, was passiert, wenn man Jan halt diesen äußeren Umständen aussetzt. Und es ist ja auch immer wieder interessant und unterhaltsam. Von daher finde ich, ist das kein Kritikpunkt, den man anbringen könnte, weil man kann ja auch sagen, Revi, du streamst, du spielst ja immer nur dann, wenn du streamst. Das machst du ja mit Absicht. Naja, weil es halt Teil meines Berufs ist so. Und das ist ja nicht deren Beruf extra zu triggern, sondern Content zu erstellen. Und den möchten sie halt möglichst unterhaltsam gestalten. Und das tun sie halt hier. Ich finde das nicht verwerflich. Und wenn es ihr nicht gefällt, musst du sie erstens sich angucken. Und zweitens, nochmal, hat jemand wie Jan die Möglichkeit, damit sein Lebensunterhalt zu bestreiten. Von daher, voll cool. Versteckt dein Gesicht. Hey Siri. Ruf melde. Ja. Taktik. Ich will Katzenfleisch essen. Alles klar? Schau mal. Schnecke Pizzerio, okay. Pizzerio. Pizzeria. Ich würde schon sagen, das war es auch wieder mit dem Video. Bevor ihr noch wissen, bis jetzt hat ja alles gut geklappt. Ich habe Angst, dass hier gleich irgendwas aus dem Ruder läuft. Hey Siri. Sind da eine Nachricht an Herr Klein? Nein. Du schickst jetzt meinem ehemaligen Direktor überhaupt keine Nachrichten. Es ist auf jeden Fall deutlich mehr eskaliert als letztes Mal. Ja, weil das Ding telefonieren kann. Wenn du nicht gut hast, dass du nicht alles rausgefunden hast. Was war noch? Du hast ja Jan getroffen. Hat Jan während einem Videodrehst mehr Ticks oder immer so viele? Also das Ding ist, sobald die Kamera an ist, ist es halt wirklich echt krass. Das ist nicht beeinflusst, sondern es passiert halt einfach. Es sind auf jeden Fall mehr Ticks da, weil ich glaube Gisela ein bisschen Aufmerksamkeitsgeil ist und das Tourette sich gerne immer in den Vorderdruck drängelt und versteht, da ist eine Kamera. Und diese Kamera heißt für mich, eine Menge Leute sehen mich jetzt. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, den Jan noch mehr zu embarrassen, wo es ja basically in dieser ganzen Krankheit drum geht. Von daher ist das schon so, dass wenn die Kamera auf jeden Fall an ist, dass da deutlich mehr abgeht. Aber das ist nicht bewusst. Also es ist halt nicht so, als wäre das irgendwie komplett bewusst gemacht. So ist es nicht.